Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei JustChristian und vielen Dank, dass ihr wieder am Start seid. Und zwar will ich heute mal ein bisschen kurz vielleicht über das Pixel 7 reden. Ja, ihr kennt meine Videos, die sind immer super ausufernd, aber ich will einfach euch nur mal sagen, was ich jetzt in diesen zweieinhalb, drei Wochen, seitdem ich das Pixel benutze, was mir da so aufgefallen ist, was ich mag, was ich nicht mag. Das ist noch kein vollständiges Review. Kleiner Spoiler, es gibt auch noch Vergleiche zu anderen Geräten. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr kennt diesen YouTube-Sprech hier, Glocken dalassen und Abo und ihr macht, was ihr wollt. Aber wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann schaut öfter mal hier rein. Da kommt das dann wahrscheinlich. Nach dem Intro geht's los. Prima, Intro ist geschafft. Wir bleiben von vorne, weil es ja noch kein richtiges Review ist. Ich werde euch erst mal sagen, was jetzt hier so am Start ist, was mir, wie gesagt, aufgefallen ist. Und wir fangen mit den negativen Punkten an, gehen dann zu neutral und dann gucken wir uns an, was mir dann wirklich gut an dem Gerät gefallen hat. Unten hat der Sprungmarken, da seht ihr von negativ über neutral zu positiv. Da könnt ihr anschauen, wenn ihr euch für die negativen Punkte nicht interessiert, dann könnt ihr weiterskippen, wie ihr das wollt. Okay, legen wir los. Was ist mir negativ aufgefallen? Und da geht's von vornherein schon mal direkt um den Lieferumfang. Es ist einfach nur eine Box mit dem Gerät, einem Dongle und einem Kabel drin und dann hat das natürliche, standardmäßige Papierquatschzeug. Das heißt, es ist kein Lader dabei. Und ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen, ja, ich hätte gerne einen Charger. Warum hätte ich gerne einen Charger? Das Gerät ist auch relativ bockig, sag ich mal. Das war das Pixel 6 schon, wenn es darum geht, irgendwelche anderen Charger anzuschließen. Es lädt mit 20 Watt, roundabout, sowohl kabellos als auch kabelgebunden. Aber nicht mit jedem Charger. Ich habe es ausprobiert, ich habe 65 Watt von anderen Herstellern und so weiter dran gepackt. Dann lädt es fast langsamer als, und jetzt kommt es, mit dem Samsung 25 Watt Lader. Das ist der, den ich aktuell dafür benutze, weil ich ja auch Samsung Handys nutze. Und dann habe ich gedacht, ne, ich gebe jetzt nicht nochmal Geld für diesen 30 Watt, hier 30 Euro für diesen 30 Watt Charger aus. Ich probiere es einfach damit. Und damit lädt es tatsächlich am schnellsten. Man braucht dieses PLL-Dokument da, also diesen Standard da, und dann lädt es diese 20 Watt. Ansonsten kann das auch weniger sein. Deswegen hätte ich gerne den Charger in der Box. Ja, das wäre ja wie, wenn, was weiß ich, Xiaomi hier solche Geräte auf den Markt bringt und sagt, hier 120 Watt, super schnelles, obergeiles Laden. Und legt den Charger nicht mit rein. Und genauso ist es hier, wenn ich nicht mit anderen das erreichen kann, ich hätte ihn halt gerne dabei. Kommen wir da gleich zum nächsten Punkt. Diese 20 Watt, die sind für mich in der heutigen Zeit, wir haben 2022, zu langsam. Ja, natürlich kommt jetzt der eine und sagt, ja, aber schnelles Laden macht ja den Akku kaputt und ich lade eh über Nacht. Okay, ich bin der Meinung, so ein Ding muss das aushalten können, wenn sie es anpreisen. Und ja, wenn du über Nacht dein Gerät lädst, dann ist es für dich auch überhaupt kein Problem. Dann ist das, dann vergesst du diesen Negativpunkt, den ich jetzt gerade genannt habe. Für mich aber schon, gerade wenn ich abends vielleicht mal so ein bisschen knapp bin und dann noch rausgehen möchte oder noch irgendwas, was weiß ich, auf eine Veranstaltung gehe oder sonst was und dann nochmal schnell nachladen will. Ist nicht mit schnell nachladen. Ich brauche locker flockige 90 Minuten, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Gerade die letzten Prozent, die dauern ja immer dann so ein bisschen, bis das Ding wieder voll ist. Hier bin ich, was weiß ich, ja, 20 Minuten ist das Ding von 0 auf 100. Zum Beispiel, ja, Apple macht das ähnlich langsam, Samsung macht das auch langsam mit 25 Watt oder bei ihren besten Modellen mit 45 Watt. Aber das ist, könnte man da durchaus da mal ein bisschen was nachliefern. Also das finde ich dann echt schade bei der ganzen Geschichte. Und das war es schon mit den negativen Punkten. Also ihr seht, ich mag das Gerät. Ja, kommen wir mal zu Neutralpunkten. Also es war jetzt echt nicht viel Negatives, weil sie mit dem Gerät einiges richtig machen. Kommen wir mal zu Neutral. Neutral ist für mich ganz klar das Display. Das Display ist ein Full-HD-Panel mit 90 Hertz. Es wird nochmal etwas heller wie der Vorgänger. Könnte ein Ticken heller in dem Sonnendicht sein. Ja, es wird ja im Automatikmodus auch noch ein Ticken heller. Aber nur 90 Hertz, was es dann für mich neutral macht. Versteht mich nicht falsch, es ist ein gutes Display. Also es macht total Spaß drauf, da irgendwas zu gucken und zu konsumieren und Spiel zu spielen und so weiter. Alles cool. Das ist echt ein schönes Display. Aber nur 90 Hertz und nichts Außergewöhnliches, was es dann für mich neutral macht. Absolut. Gut, genauso neutral ist für mich der Fingerabdrucksensor, wenn ihr das mal hier so seht. Ja, er funktioniert. Ja, und da ist auch immer die Frage, funktioniert der denn besser als beim Vorgänger? Ja, er funktioniert auch wesentlich besser als beim Vorgänger. Und wenn ich jetzt euch das hier so zeige, das ist der Wahnsinn, funktioniert der sogar jedes Mal. Ja, aber, und wenn das so bleiben würde, ist das alles prima. Ja, da würde ich nicht meckern. Ja, jetzt funktioniert der wirklich super gut. Aber ich habe auch teilweise, und das wurde mir auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass der rumzickt, dass er gar nicht geht. Dass er eigentlich gar nicht geht. Dass man das Gerät neu starten muss, also so mache ich es dann immer, dass ich dann neu starte und dann funktioniert der wieder einwandfrei. Das ist blöd. Und das macht ihn für mich zu neutral. Er ist auch nicht der allerschnellste. Man kann die Animationen ein bisschen runterdrehen in den Entwickleroptionen, dann geht es vielleicht schneller. Aber ansonsten ist der schon okay, aber halt neutral. Was man jetzt neu dazu hat im Vergleich zum Pixel 6 ist eine Gesichtserkennung. Ich kann es euch mal zeigen. Zack. Na? Hallo? Okay, dann machen wir es so. Geht wunderbar. Ja? Ich habe es jetzt mit Anheben gemacht. Ich kann es auch hier normalerweise mit einfach nur... Das läuft prima. Ja? Solange es hell ist, wenn es dunkel ist, funktioniert es gar nicht mehr, weil es hat nichts mit diesem Face-ID, was Apple zum Beispiel benutzt oder in manchen Huawei-Made-Geräten, hat das nichts zu tun. Das ist auch nicht so sicher, bei weitem nicht. Deswegen schreibt Google vor, okay, so ist es ein, sag ich mal, ein Comfort-Feature. Aber bitte nicht benutzen oder es geht einfach nicht, wenn ihr zum Beispiel Banking-Apps benutzt. Dann müsst ihr den Fingerabdruck benutzen, wenn ihr mit biometrischen Daten da reinmalt oder halt Passwort. Naja, da funktioniert es dann nicht. Im Dunkeln funktioniert er gar nicht. Da muss man einen Fingerabdrucksensor benutzen. Wenn er so gut funktioniert, wie es jetzt gerade tut, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann kotzt man ein bisschen. Aber es ist für mich trotzdem nur neutral. Aber schön, dass man die Chance hat, das so zu machen. Schön, dass man hergegangen ist und hat die Möglichkeit einfach, was man halt beim Pixel 6 mit dem noch schlechteren Fingerabdrucksensor halt hatte. Echt, das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Das hat mir so ein bisschen das Gerät vermisst. So, dann der nächste Punkt, der für mich neutral ist. Das ist die Akkulaufzeit. Man ist ca. 300 mAh weniger vom Akku. Und ich dachte schon, okay, wird dann die Akkulaufzeit viel schlechter sein. Kleiner Spoiler, es tut sich kaum was zum Pixel 6. Es reicht für mich über den Tag, aber auch nicht mehr. Und deswegen ist er für mich nicht super gut. Aber er ist auch nicht schlecht. Also ist er neutral. Mit dem, was ich beim Schlechten schon gesagt habe, mit den Nachladefähigkeiten und so weiter. Aber ich habe Wireless Charging, ich habe Reverse Wireless Charging. Das ist dann schon mal nicht verkehrt. Aber trotzdem ist es für mich nur ein neutraler Punkt. Der nächste neutrale Punkt, der fast ein bisschen negativ sogar ist, oder negativer neutraler Punkt, ist für mich die Anordnung der Tasten. Ich habe lauter leise Wippe unten und habe den Power Button oben, der auch ein wenig Spiel hat. Ja, da kann man sagen, muss man sich dran gewöhnen. Deswegen ist es für mich neutral und nicht negativ. Man gewöhnt sich da dran. Aber alle anderen Geräte, die ich hier so sonst auf dem Tisch habe, die nicht aus dem Google-Kosmos sind, haben entweder den Power Button vertauscht, also unten den Power Button, oder haben den Power Button rechts und die lauter leise Wippe auf der linken Seite. Das ist schon am Anfang echt stressig, weil man dann immer den falschen Knopf macht, wenn man nur ein bisschen leiser machen will und drückt auch so sehen aus. Gut wiederum ist, dass man die Tasten etwas runtergesetzt hat im Vergleich zum Vorgänger. Nächster neutrale Punkt an dem Gerät sind für mich die Lautsprecher. Sie werden laut, sie sind aber mit wenig Bass. Gut, es ist ein Smartphone, also hat ja keiner hier Mods Stereo, also hat Stereo-Lautsprecher, ja. Aber es ist ein Smartphone, ja, und das merkt man halt ganz deutlich. Da gibt es hier Lautsprecher aus dem Hause Apple oder auch die Samsungs. Die sind da besser, die haben Beaten in volleren Klang. Er ist okay, aber nicht gut und er ist auch jetzt nicht miserabel, deswegen ist er neutral. Gut, nachdem wir so ein bisschen die neutralen Punkte abgehakt haben, kommen wir mal zu dem, was mir an diesem Gerät absolut gefällt. Das ist zum einen die Optik. Das ist Geschmackssache. Mir gefällt es, ich mag das und ich mag auch, dass es etwas sanfter übergeht. Ich mag auch, dass es ein ganzer, dass es komplett mit dem Rahmen quasi in ein Stück ist. Dass es aus Alu ist, gefällt mir. Das andere, das fand ich nicht so schön. Was mir dann nicht so gut gefällt, ist, dass dieser ganze Weiser ein Stückchen runtergerutscht ist. Der war bei dem Pixel 6, war der ein Stückchen weiter oben. Guckt euch gerne mein Vergleichsvideo dann an. Da zeige ich euch das dann nochmal. Aber das trotzdem, wie es gebaut ist, wie es gemacht ist, gefällt mir ganz gut. Ja, die Tasten, außer dieschen Minimalspiel, sind sehr clicky. Gefällt mir wirklich gut. Das ganze Gerät ist rundherum ungefähr einen Millimeter schmaler geworden. Display ist nur noch 6,3. Es ist auch 10 Gramm leichter geworden. Und das hat dem Gerät absolut gut getan. Es ist immer noch ein großes Gerät. Versteht mich da nicht falsch. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein S22 mit 6,1 Zoll Display, Diagonale, so klein und handlich. Und wenn man jetzt nicht die Riesenbranken hat, und selbst mit meinen großen Händen komme ich auch nicht, ohne umzugreifen oben an irgendwelche Ecken von Apps und so weiter. Das ist trotzdem noch ein großes Gerät. Aber es hat ihm trotzdem gut getan. Ich mag die Haptik. Ich mag es, wie es in der Hand liegt. Ich mag den neuen Visor. Ich mag es, dass der Fingerabdrucksensor verbessert wurde, wobei der Fingerabdruck itself neutral ist. Habt ihr ja gesehen. Gut. Und ich mag es, ich habe es ja schon gesagt, dass es mit dem Face zu ansperren ist. Zu ansperren. Oh Gott. English at its best. Ja, aber dass man es auch mit dem Gesicht entsperren kann, dass man die Möglichkeit hat. Aber ansonsten ist das von der Verarbeitung her, gefällt mir das gut. Des Weiteren mag ich, dass es ganz viele Haken setzt. Was meine ich damit? Wir haben ein IP-Rating. IP68. Mehr ist eigentlich außer dann Militärstandards, aber so im Smartphone-Bereich eigentlich nicht drin. Ja, das machen manche in dem Preisbereich nicht. Dass ich Wireless Charging habe. Dass ich natürlich normales Charging habe, aber Wireless Charging mit Reverse Wireless Charging. Was zum Beispiel iPhones nicht machen. Ich habe ein Rundum-Paket mit einem guten Display. So das Ganze, gutes Display, die ganzen Möglichkeiten, diese ganzen High-End-Features, die ich hier drin habe, zu diesem Preis. Was es kostet. Und das ist für mich ganz klar ein Pluspunkt. Absolut. Übrigens, wenn es um Farben geht, es gibt noch diese Lemongrass-Farbe und die Obsidian, sprich schwarz. Holt euch entweder Lemongrass oder das hier. Ihr seht keine Fingerabdrücke. Die schwarzen, dunklen, die sehen aus wie Hulle nach einer kurzen Zeit. Hier sehe ich so, sehe ich gar nichts. Also ich halte es so ein bisschen ins Licht. Aber ansonsten ist das cool. Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Nächster Punkt. Und jetzt sind wir bei der Performance. Das war schon beim Pixel 6 am Anfang schlecht. Dann kamen Updates, die das besser gemacht haben. Hier waren wir out of the box eigentlich gut. Hier und da haben mir Zuschauer berichtet, dass es dann doch in manchen Apps zu Mikrorucklern oder komische Abstürze oder nicht richtig angepasst und so weiter. Ja, das ist immer so, wenn ein Gerät neu rauskommt. Aber aus den Startlöchern kommt dieses Gerät wesentlich besser als der Vorgänger. Und das finde ich gut. Die Performance im Alltag. Ich stelle immer die Animationen auf 0,5. Könnt ihr den in den Entwickleroptionen machen. Und dann ist das, ne, auch ohne das ist das ein super smoothes Erlebnis. Es geht schnell. Es sieht schön aus. Ich habe nie das Gefühl, es wäre irgendwas langsam. Es geht ratzi-fatzi, ratten schnell. Ich kann damit Spiele spielen. Ich kann damit alles Mögliche machen. Das geht. Die Performance im Alltag ist bombastisch gut. Die war sie dann aber zum Schluss auch beim Sechser schon. Ja, und der Unterschied, das ist wie gesagt ein anderes Video. Nächster Punkt, den ich absolut mag, ist die Kamera. Ja, wir haben nur zwei Brennweiten. Aber ihr wisst, ich benutze meine Kamera so normalo. So wie ihr wahrscheinlich da draußen. Ich bin kein Profifotograf damit. Ich will einfach schöne Bilder haben. Natürlich immer Bilder sind Geschmackssache. Deswegen schaut euch dann auch gerne mein Vergleichsvideo zum Pixel 6 an. Da habe ich mehr. Da habe ich Bilder gemacht dann. Da könnt ihr sehen. Ich finde diesen Pixel-Look mit diesen übertriebenen, oder der eine sagt übertriebene Schärfen und nicht ganz so knalligen Farben, finde ich gut. Das gefällt mir. Da kommen ganz tolle Bilder dabei raus. Selfie-Cam hat man verbessert auf 10,8 Pixel. Die Bilder, die finde ich auch okay. Und ich kann jetzt auf der Vorderseite mit 4K und 60 Frames. Das finde ich auch cool. Weil das ging vorher nicht. Hinten kann ich auch 4K 60. Auf allen Linsen kann ich 4K 60, kann man so sagen. Und das ist meiner Meinung nach eine super Kamera. Und was ich auch viel schöner finde, ist, dass man sie rausholt, einfach draufhält. Und man bekommt in der Regel ein super schönes Bild. Was nicht verwackelt und nicht verrauscht ist. Natürlich, wenn ich hier da rumzapple und mache und tue, immer was anderes. Wo wir gerade bei Verrauschen und bei Verwackeln sind. Man hat ja groß angeteasert, diesen Anti-Verwackelungs- oder wenn ein Bild unscharf ist, dass man es im Nachgang noch verändern kann. Auch mit Bildern, die man auf anderen Geräten und in seiner Library und seiner Cloud hat. Dass man es im Nachgang noch so dann über den Algorithmus oder den Algorithmus drüber jagen kann. Und der macht dann ein super schönes, scharfes Bild draus. Das ist für mich Gimmick. Das ist so ein bisschen Hit and Miss. Manchmal sieht man ein bisschen was. Manchmal sieht man gar nichts. Manchmal, ach. Das ist für mich nur ein Gimmick. Benutze ich nicht. Man hat diese Diktierfunktion, was das Pixel 6 auch konnte, nochmal verbessert. Das ist wirklich krass. Ich brauche es nicht. Ich nutze es nicht. Also es ist für mich auch eher ein Gimmick. Und dann hat man natürlich hier Magic Eraser. Sprich, aus dem Hintergrund irgendwelche Sachen rausschneiden und so weiter. Das ist auch ein schönes Feature. Benutze ich auch kaum. Deswegen für mich auch nur ein Gimmick. Und dann hat man diesen Kino-Modus, wo man dann nur in 1080p... Die iPhones haben das quasi letztes Jahr so eingebracht, so mit ihren Videos. Jetzt können die es auch in 4K und so. Das ist ein Gimmick-Feature. Das benutze ich nicht. Ja, aber ansonsten gefällt mir die Kamera super gut. Ob das jetzt Nacht oder sonst was ist, ist für mich eine super Point-and-Shoot-Kamera. Und das ist das, was mir im Endeffekt ausmacht. Ich will rausholen, draufhalten, fertig. Auch alle Bilder, die ihr immer bei mir seht, die sind einfach nur draufhalten. Weil so macht es der Normalo. Der hat gar keinen Bock, wenn dann das Kind da rennt. Noch hier, bleib mal stehen. Ich muss hier nochmal tippen, dass die Schärfe und die Weißabgleich sich automatisch anpasst. Und Haar und hier und da. Das, nee, das macht man damit nicht. Nicht mit einem Smartphone. Deswegen ist für mich die Kamera super gut. Also ich mag die. Ist für mich meine beliebteste oder mein Lieblings-Kamera. S21FE kann da auch. Die mag ich auch sehr gerne. Aber ich mag die fast lieber, weil der Algorithmus, ich finde es immer so gut. Man guckt dann da und sieht das Live-Bild und denkt sich, ach, eigentlich nicht so geil. Guckt es sich in der Library an, er bearbeitet es kurz und es ist eigentlich immer ein schönes Bild. Ja, mag ich. Point-and-Shoot, super. Dann, mein letzter positiver Punkt, und das ist ein relativ starker positiver Punkt, ist die Preispolitik bei den Teilen. Ja, so schlimm wie ich es finde, dass man da keine Charger und sowas mehr in die Box packt. Oder wir reden ja noch nicht mal von irgendwelchen Hüllen. Ja, wenn man jetzt hier so ein Xiaomi-Smartphone hat, da hat man einen Charger drin, hat eine Hülle drin und eine Display-Schutzfolie drauf. Hier nichts dergleichen. Ja, das ist schade. Gerade der Charger ist blöd wegen der Aufladproblematik. Ihr habt es im negativen Punkt gehört. Aber man ist mit den Preisen von Beginn an auf Vorjahresniveau, nämlich 650 Euro zum Start. Aktuell, Black Friday, 620 Euro, 619 Euro. Bei Amazon habe ich das gesehen und andere Betreiber machen das auch. Werft die Preissuchmaschinen an, da ist es ein 30er billiger. Und das finde ich fair, dass man trotz dieser ganzen Inflation und der starke Dollar und hier und da, so argumentiert ja Apple, tatsächlich geben die diese Preise dann halt einfach fast ungefiltert an den Endverbraucher diese gestiegenen Preise weiter. Deswegen sind die iPhones teurer geworden. Man hat seitens Apple auch so ein bisschen auf Gewinnmarge verzichtet, aber trotzdem sind sie dadurch keine Samariter und geben trotzdem den gestiegenen Preis weiter. Hier verzichtet man auf Marge. Man bleibt bei dem Preis. Und was uns in Deutschland natürlich freut. Und für 630 Euro, sage ich auch ganz ehrlich, ist das ein Top-All-Round-Gerät, was nicht viel falsch macht. In meinem Use Case. Natürlich habe ich auch schon Kommentare gelesen, die sagen, nee, nie wieder Pixel und das ist trotzdem da schlecht und so weiter. Das war im Pixel 6 noch krasser, diese Kontroverse. Das ging von hin, ein Gerät nicht zum Gebrauchen bis hin zu das beste Gerät, was ich jemals benutzt habe. Ich habe diese Fehler, einige konnte ich da reproduzieren. Dass Google eigene Apps, wie so YouTube und YouTube Studio, nicht richtig liefen. Hier hatte ich das jetzt nicht. Ja, also aus dem Start kam das besser und für mich, ich finde es absolut klasse. Ja, es ist ein absolut tolles Gerät und wenn es dann 630 Euro kostet, ja. Solltet ihr upgraden, wenn ihr das Pixel 6 besitzt und euer Pixel 6 anständig läuft? Natürlich nicht. Da müsstet ihr echt schon wirklich Tech-Enthusiast und das als Hobby haben, immer neue Smartphones zu haben. Dann von mir aus, dann kauft euch das, aber da habt ihr wahrscheinlich auch das Pro, nicht das Normale. Aber wenn ihr ein Pixel 6 habt, für mich, ich sehe keinen Grund, dann da jetzt hier da groß abzugraden. Die Software, die wird fünf Jahre lang aktuell gehalten. Nee, die Sicherheitsupdates werden fünf Jahre kommen, drei Jahre Software-Updates. Aber Sicherheitsupdates über fünf Jahre. Das heißt, da seid ihr über fünf Jahre auf der sicheren Seite. Ja, und wenn ihr jetzt ein Jahr abzieht, weil ihr das Pixel 6 habt, dann seid ihr noch vier Jahre auf der sicheren Seite. Hey, da braucht ihr nicht abzugraden. So groß ist dann der Unterschied dann doch nicht. Man könnte sagen, das ist ein 6S. Oder sagen wir anders, und das ist dann auch mein Schlusswort, es ist ein Google Pixel 7, wie es das 6 hätte sein sollen. Also, so hätte das 6 auf den Markt kommen müssen. Und dann sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge habt, runter in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.